Ich freue mich sehr, euch hier willkommen zu heißen zum Talk Wehnerkennung hacken mit Starbuck und Julian. Das ganze Thema Biometrie begleitet den CCC jetzt schon eine ganze Weile, größtenteils auch dank zu Starbuck. Vor Wehnerkennung gab es Iris Erkennung, die aufgemacht wurde, dort mit einem Foto von unserer Kanzlerin. Davor Fingerabdrücke, auch damit haben wir es in die Medien geschafft. Der von Schäuble wurde vom Glas genommen, der von von der Leyen von einem Foto beziehungsweise mit der Kamera aufgenommen. Und naja, jetzt sind die Venen dran. Ich bin mal gespannt, wie das da funktioniert. Ja, rund ums Thema Biometrie gab es schon unzählige Talks und es gab auch viel Medienaufmerksamkeit. Also wenn man da mal so nachschaut, da ist schon einiges in den Zeitungen erschienen, auch in diversen. Und eine, wo ich weiß, dass Starbuck besonders stolz drauf ist, ist das Erscheinen seines Namens, namentliche Nennung in der Bild-Zeitung. Also es wird wirklich von allen Seiten Bericht erstattet. Aber Starbuck ist natürlich heute nicht alleine hier, denn er hat Julian dabei, einen Kollegen, der sich mit dem Thema Wehnerkennung im Rahmen seiner Bachelorarbeit beschäftigt hat. Und hier heute, ich würde sagen, eine der größten Bachelorarbeit-Verteidigungen damit fahren darf, die es wahrscheinlich so ungefähr gab. Und damit möchte ich auch gar nicht mehr weiter ablenken, sondern euch den Talk genießen lassen, für den ihr alle da seid. Und damit noch mal einen großen Applaus für die beiden. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, Carina. Und herzlich willkommen zum so langsam letzten Talk aus der Kategorie Biometriehacken sind leider einfach irgendwie keine Systeme übrig geblieben. Diesmal geht's um die Wehnerkennung. Das ist ein System, also irgendwie die zwei Systeme, die wir heute vorstellen, irgendwie liegen bei mir jetzt schon ein paar Jahre auf dem Tisch, immer mal wieder was gemacht, irgendwie aber nicht wirklich weitergekommen, bis dann Julian kam und meinte irgendwie, hier, er findet Biometriehacken cool und irgendwie sucht ein Bachelor-Arbeitsthema. Und das war eine sehr produktive Zusammenarbeit und das ist immer cooler, wenn man es zusammen macht und irgendwie sich antreiben kann. Wehnerkennung allgemein ist ein relativ junges Verfahren, also ist erst so 20 Jahre alt, kommt hauptsächlich aus dem asiatischen Raum, also vor allem nicht aus Japan. Und auch die beiden Hersteller Fujitsu und Hitachi sind beides japanische Firmen. Hat sich bisher noch nicht so richtig jemand angeguckt, was die Überwindungssicherheit betrifft, was ein bisschen eigenartig ist, weil es eigentlich ein sehr lohnendes Ziel, wie wir gleich später noch irgendwie sehen werden, wo das überall eingesetzt wird. Die Vermutung, warum das so ist, das ist eins der ganz wenigen biometrischen Merkmale, die versteckt im Körper sind und eigentlich nicht so einfach zu sehen, also anders als Fingerabdruck oder Gesicht zum Beispiel. Ja, aber fangen wir erst mal an mit ein paar Grundlagen, die Merkmale. Die Blutgefäße entwickeln sich in der sechsten oder bis zur sechsten Schwangerschaftswoche. Die grobe Struktur, also halt der Verlauf der Arterie vom Herzen zur Lunge, vom Herzen in den Körper, die Aufspaltung in die Arterien und wieder die Vereinigung in die Venen, ist genetisch bestimmt, aber die finale Ausprägung ist Zufallsprozessen unterworfen und zwar da überall, wo neues Gewebe entsteht und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden muss, bilden sich halt die Venen oder die Blutgefäße aus und deswegen ist es halt irgendwie auch als biometrisches Merkmal verwendbar, weil es halt einfach zufällig ist und halt tatsächlich auch sowohl an allen Fingern unterschiedlich aussieht, als auch bei einigen Zwillingen und so weiter. Wie funktioniert das prinzipiell von der Hardwareaufbau? Man hat eigentlich auch nur eine Kamera, wie halt jede normale Kamera im Telefon oder Spiegelreflexkamera, wo ein Infrarotfilter weggenommen wurde, also das heißt, es deckt auch den nahen Infrarotbereich noch ab bis zu 1100 Nanometer und die beiden Systeme arbeiten mit, glaube beide mit 850 Nanometer und funktioniert folgendermaßen, dass halt für die Handvenenerkennung hat man LEDs unten in diesem Sensor drin, die leuchten die Hand an, werden dort im Gewebe gestreut und reflektiert und von den Venen absorbiert, also halt 850 Nanometer ist so eine Wellenlänge, wo venöses Blut besonders gut absorbiert, deswegen wirkt das Gewebe halt hell und die Venenbilder sind dann dunkel. Wird halt wie gesagt reflektiert, unten ist eine ganz normale Kamera, die es aufnimmt und dann erscheinen die Venen halt als schwarze Linien. Für die, also das war jetzt für die Handvenenerkennung, die Fingervenenerkennung funktioniert ein bisschen anders, liegt daran, dass die Venen in den Fingern ein bisschen tiefer liegen, das heißt dieses reflektive Verfahren irgendwie da nicht so guten Kontrast liefert, deswegen wird da in der Regel von oben durchstrahlt, das heißt man hat dann die LEDs oben drüber und die werden halt irgendwie auch wieder im Gewebe gestreut, deswegen selbst, also obwohl ein Knochen dazwischen ist, sieht man da trotzdem die Venen noch, auch wieder wird absorbiert und unten ist eine ganz normale Kamera, die dann halt das Bild aufnimmt. Es gibt auch noch neuere Methoden, die nicht mit LEDs arbeiten, sondern mit Lasern und so Mikrospiegeln. Kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf, das eignet sich besonders gut, um auch den Blutfluss zu detektieren, so als Lebenderkennungsmaßnahme, aber das sind halt auch nur so Einzelsysteme, die beiden Systeme, die wir haben und die beiden Hersteller decken halt so 95 Prozent des Weltmarktes ab, haben ganz normal LED drin. Wie funktioniert das softwaretechnisch? Also eigentlich alle Systeme benutzen das sogenannte Miura-Tricking. Es funktioniert folgendermaßen, wie hier oben zu sehen, also das ist halt mal so ein Venenbild, was dann die Kamera aufnimmt. Dieser Algorithmus sucht sich ein Random Point in diesem Bild und legt dann praktisch so eine Schnittkante durch und sucht nach Einbrüchen in der Intensitätsverteilung. Und wenn er da so einen Gauss findet, dann nimmt er irgendwie an, dass das eine Vene ist, also weil die halt dunkler aussieht. Und von dort ausgehend sucht er sich dann den nächsten Pixel, also wie hier jetzt oben zu sehen ist, diese roten Striche, den nächsten dunklen Pixel und verfolgt sozusagen die Vene, macht das ein paar hundert oder ein paar tausend Mal, gibt dann irgendwann eine Abbruchbedingung wahr, gesagt, okay, ich habe jetzt genug Vendempunkte genommen und wir gehen davon aus, dass jetzt alle Venen erfasst sind. Was dann passiert, ist im Post-Processing die sogenannte Skeletonisierung, das heißt, er nimmt sich die Venen, also die sind jetzt relativ breit, und reduziert die auf ein Pixelbreite, wirft dann halt so diese ganze Rauschen raus und im Endeffekt bleibt das Bild übrig, wie es hier unten zu sehen ist. Und als Merkmale selber, ähnlich wie bei Fingerabdrücken auch, hat man die so Minutienpunkte, das sind halt entweder Enden oder Aufspaltungen dieser Venen und da wird dann halt zur Überprüfung oder zur Identifizierung die Position und der Öffnung oder der Winkel, in dem diese Abspaltung oder das Ende irgendwie weiterläuft, genommen. Ja, wo es übereingesetzt wird, habe ich ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, dass das eigentlich ein sehr lohnendes Ziel ist, hauptsächlich im asiatischen Raum, dort viel in Computern irgendwie auch schon verbaut, aber auch als Zugangssystem in Krankenhäusern hauptsächlich, weil es halt berührungslos arbeitet, bietet sich halt irgendwie an, aber auch vermehrt in Geldautomaten. Also in Japan, wir waren irgendwie jetzt im November in Japan gewesen, und da ist tatsächlich jeder Geldautomat, den man hat, irgendwie ist mit entweder Fingerabdruck oder, also entweder Fingervene oder Handvene, Sensor ausgestattet, aber auch Brasilien, Russland, Türkei und Polen, also irgendwie dann doch relativ nah, haben inzwischen Filialen eröffnet, wo man halt irgendwie mit Venenerkennung Geld abheben kann. Von daher, da ist durchaus Potenzial. Aber der eigentlich größte Markt, beziehungsweise der interessanteste Markt sind die Hochsicherheitsbereiche, also sowas wie Kraftwerke, Kernkraftwerke, in Banken für die Tresore unten oder für die Einzelvereinzelungsanlagen, aber auch ganz viel beim Militär. Und in Deutschland lustigerweise beim BND. Also wer noch ein paar Wasserhähne braucht, könnte nach dem Talk ja mal vorbeischauen. Also wir gingen davon aus, dass in Deutschland relativ wenig benutzt wird, haben da mal ein bisschen irgendwie rumgesucht und wir haben gefunden, dass das neue Gebäude in Berlin irgendwie das tatsächlich verbaut hat. Wir haben eine Anfrage, beziehungsweise ein Reporter, mit dem wir schon vorher zusammengearbeitet haben, hat eine Anfrage gestellt, aber wie nicht anders zu erwarten, haben sie keinen Kommentar abgegeben dazu. So, kommen wir zur Technik. Erstmal noch ein bisschen allgemein, wie funktioniert das mit den biometrischen Systemen? Wie hackt man die? Es ist normalerweise ein zweigeteilter Prozess. Im ersten Schritt nimmt man die Merkmale auf. Das kann man entweder dadurch machen, dass man die Kommunikation snifft oder aus Template-Daten generiert oder einfach ein Foto macht. Und im zweiten Schritt wird halt die Attrappe hergestellt. Da muss man halt nur die passenden Materialien finden und dann das Merkmal kopieren und eventuell die Lebenderkennung noch angucken. Merkmalsbeschaffung durch den Sniff, das war relativ interessant, dass beide Systeme die Kommunikation verschlüsselt übertragen über den USB-Kanal. Aber irgendwo in der Software liegt natürlich das Bild dann doch unverschlüsselt vor. Das heißt, dann findet man einfach jemanden, der sich gut mit Ida auskennt. Der setzt da irgendwie an der passenden Stelle einen Hook und dann werden die Bilddaten ausgeleitet. Das ist natürlich total praktisch. Also unser Startpunkt, man hat gleich irgendwie Bilder. Man sieht genau, was der Sensor, also das System sieht. Man kann im Zweifelsfall auch gucken, das sieht jetzt nicht so ganz wie Haut oder wie menschliches Gewebe oder wie Wehen aus. Muss man da ein bisschen anpassen. Vielleicht irgendwie anderes Papier nehmen oder so weiter. Aber man könnte natürlich diese Bilder auch direkt nehmen, um halt eine Attrappe zu bauen. Ist halt ein bisschen unrealistisch als Angriffsszenarie, weil man halt erstmal Zugriff zu dem System selber haben muss. Von daher, so der reale Angriff ist tatsächlich mit einer ganz normalen Kamera. Und das fanden wir irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Also man kann tatsächlich Wehenbilder mit einer Spiegelreflexkamera aufnehmen. Das Einzige, was man machen muss dafür, ist, dass man den Infrarotfilter ausbaut. Also halt ähnlich wie die Systeme selber, normaler Siliziumchip, aber ohne Infrarotfilter. Man baut irgendwie diesen Filter aus und dann macht man ein paar Bilder. Das klingt jetzt alles irgendwie einfach, hat uns aber schon so ein bisschen Zeit gekostet, weil wir haben halt verschiedenste Kameras genommen, also Graustufenkamera mit unterschiedlichsten Auflösungen, diverse Objektive, so wie weit kann man weg sein, wann reicht die Auflösung noch aus. Kameraeinstellungen wie Apertur und Belichtungszeit, Filter davor gesetzt, kein Filter davor gesetzt, verschiedenste Lichtquellen mit Blitz oder mit Infrarot-Taschenlampe, haben im Endeffekt über zweieinhalbtausend Bilder gemacht, aber die Ergebnisse sind, glaube ich, so sprechen für sich. Das sind die Bilder aus der Spiegelreflexkamera. Einmal für die Fingervenenerkennung mit dem Blitzlicht hinter den Fingern sozusagen, also die Hand oder die Finger waren halt zwischen der Lichtquelle und der Kamera und auf der rechten Seite für die Handvenenerkennung und da war halt das Blitzlicht halt direkt von vorne einfach raufgeblitzt und aus einem Abstand von ungefähr fünf bis sechs Metern gar kein Problem. Vom Zoom her könnte man noch viel weiter weggehen, irgendwann hört der Blitz halt irgendwie auf, noch sinnvoll Energie zu liefern. Ja, und damit übergebe ich. Genau, dann übernehme ich mal, nachdem das... Nachdem das so gut funktioniert hatte mit der digitalen Spiegelreflex, haben wir uns überlegt, wir müssen das irgendwie nochmal machen, diesmal ein bisschen heimlicher oder versteckter. Und da haben wir uns einfach ein Raspberry Pi Kameramodul besorgt mit Infrarot-LEDs und einer Infrarot-Kamera drauf und haben uns mal so Orte angeguckt, wo man die verstecken könnte. Und diese Hände trocknen, die sind halt einfach perfekt. Man muss irgendwie die Hände auseinandernehmen, schiebt die da langsam hoch und runter. Weiß nicht, hat jemand seine Hände hier schon getrocknet auf dem Kongress? Das sieht dann so aus, also wir haben es leider nicht mehr geschafft, das hier einzubauen, aber wir haben versucht, das möglichst realitätsnah nachzubasteln. Und das sind eben die Bilder aus der Raspberry Kamera, auch einfach nur mit diesen LEDs, die da verbaut sind. Außer bei den Fingern, da mussten wir wieder, wir haben so einen kleinen 4-Euro-Infrarotscheinwerfer, den haben wir dann von der anderen Seite durchstrahlen lassen. Aber ich denke, man sieht das auch ganz gut, also gerade bei den Handvenen, das geht kaum besser. Also die Herstellergeräte haben Bilder, die nicht so gut aussehen. Wir haben dann im nächsten Schritt uns gedacht, okay, jetzt haben wir gute Aufnahmen, haben zwei Methoden, wir müssen irgendeine Art von Software haben, um das da rauszurechnen. Also wir brauchen irgendwie unsere blanken Venenmuster. Da haben wir einfach ein kleines Python-Skript geschrieben, das macht im Prinzip auch total simple Bildbearbeitung. Das haben wir versucht, hier mal so ein bisschen darzustellen. Im Prinzip kriegt das als Input einfach nur unser Bild. Und wir erhöhen den Kontrast ein bisschen. Dazu teilen wir das Bild in ganz viele kleine Kacheln und erhöhen den Kontrast in all diesen kleinen Kacheln. Und im Endeffekt kommt dann ein ziemlich homogenes Bild bei raus. Im nächsten Schritt binarisieren wir das Ganze. Das heißt, es gibt so eine Art Schwellenwert. Alles, was dunkel genug ist, wird eben den schwarzen Pixeln zugeordnet. Alles, was zu hell ist, wird dann weiß an dem Bild. Das wäre dann oben rechts. Da ist aber immer noch total viel Rauschen und halt irgendwie die Schatten auch von der Originalaufnahme. Die filtern wir einfach mit ein bisschen Gauss-Funktion raus. Dann haben wir das Ganze noch so leicht ausgewaschen, weil sich einfach in unseren Tests gezeigt hat, dass es irgendwie besser ist, wenn da keine harten Kanten existieren. Und weil durch diese ganze Bearbeitung das Ganze so ein bisschen dicker geworden ist, müssen wir in dem letzten Schritt das noch wieder zusammenschrumpfen. Aber das Bild ganz unten rechts ist dann auch das, was wir für die Attrappen verwenden. Das mal zum Vergleich. Also das ist ein Bild mit der Spiegelreflex aus fünf Metern Entfernung mit einem externen Blitz. Und das rechts ist das, was die Software da rausschmeißt. Das Gleiche nochmal für die Fingervene. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Da muss man halt bloß ein bisschen die Parameter anpassen, weil das Licht eben von der anderen Seite kommt und die Bilder an sich ein bisschen anders aussehen. Funktioniert aber eigentlich genauso. Und dann war halt der nächste Schritt. Also jetzt hatten wir unsere Aufnahmemethode. Wir hatten unsere ausgedruckten Venenmuster. Und es ging darum, Attrappen zu bauen. Und da haben wir erstmal ganz simpel angefangen, das einfach auszudrucken und mal über diese Geräte zu halten. Und es ist so, dass man, also wir haben es mit einem Tintenstrahldrucker probiert, man sieht nichts. Das ist, als würde man ein weißes Blatt darüber halten. Und irgendwann haben wir durch Zufall gesehen, dass Lasertonertinte unter Infrarotlicht einfach extrem gut zu sehen ist. Also quasi sehr deutliche Linien. Das war dann unser Ausgangspunkt. Und dann haben wir uns an die Materialsuche gemacht. Haben irgendwie, also wir haben erst angefangen, irgendwie Papierlagen zu stapeln, weil das Hauptproblem war eigentlich die ganze Zeit, dass die Aufnahmen immer zu hell sind. Also es war permanent überstrahlt. Die Infrarot-LEDs waren einfach zu hell. Und uns war irgendwie klar, wir müssen das irgendwie dämpfen. Wir haben Latex-Handschuhe verwendet. Wir haben irgendwie uns Hände gegossen aus allem Möglichen. Und sind dann irgendwann auch mehr oder weniger durch einen Zufall darauf gekommen, dass Wachs, also Kerzenwachs oder noch genauer Bienenwachs, eigentlich so aussieht wie menschliches Gewebe unter Infrarotlicht. Und haben uns dann so eine Gießform gebaut aus Silikon und haben das einfach mal mit Bienenwachs gefüllt. Da drauf kommt dann einfach ein Ausdruck mit Lasertonertinte von den Venen. Und obendrauf wieder eine dünne Schicht hellrotes Bienenwachs. Und das funktioniert. Also man kann, wenn man diese Attrappe dem Scanner präsentiert, wird das einwandfrei erkannt. Und da haben wir euch jetzt eine kleine Live-Demo vorbereitet, die hoffentlich jetzt funktioniert. Jetzt umschalten. Da ist Windows natürlich schlafen gegangen. Ja, aber es geht schnell. Genau, also im Prinzip ist das so, man vergibt hier eine ID vierstellig. Meine rechte Hand wäre irgendwie viermal die 0. Okay, wir müssen den USB-Stecker doch auch reinstecken. Nee, Moment. Das ist, weil das Windows-Schlafen hat gewonnen. Live-Demo, das ist wieder mal typisch. So, nee, gut. Das ist alles aber durch, ne? Nein, 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 nein. Äh, Windows? Windows. So, jetzt aber. Please place your hand above the sensor. Access greater. Ja, das war jetzt meine rechte Hand. Jetzt kommt das Gleiche hier nochmal in Wachsform. Please place your hand above the sensor. Access greater. Okay. Das geht schon nochmal. Ja, Vorführeffekt. Das ist halt der Scheinwerfer. Echt? Ja. Ja, toll. Ah, okay. Ähm, nee, nee. Jetzt mal die. Ah, genau. Mach ein bisschen dunkler. Ja, super. Danke. Sonst haben wir auch noch ein Video dafür, aber das ist ganz schön wackelig. Please place your hand above the sensor. Access greater. Jetzt proben wir nochmal die. Please place your hand above the sensor. Okay. Also, wir haben es gerade oben irgendwie echt oft probiert und dann irgendwie hat es funktioniert. Von daher. Ja. Nein, 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 nein. Ja, ich würde sagen, dann. Ja, dann machen wir weiter mit Fingerbehen. Also, dass ihr uns das natürlich wirklich glaubt irgendwie. Wir haben hier dieses Video. Also, es ist wie gesagt ein bisschen wackelig und irgendwie nicht so schön zu sehen, aber hier nochmal, da ist die Hand, da drunter ist der Sensor. Jetzt seht ihr gleich da unten irgendwo die Zahl wieder. Die vierfach sieben ist es in dem Fall. Und jetzt kommt der, die Attrappe. Und da ist wieder viermal die sieben. Also, wir versuchen es am Ende nochmal. Das sollten wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir lassen das mal probieren kurz unten. Wir machen es nochmal kurz unterm Tisch. No magic. Please place your hand above the sensor. Ja, es ist tatsächlich so. Also, wahrscheinlich die Scheinwerfer. Wenn da genug Infrarotlicht rauskommt, dann reicht das schon aus, um das zu verfälschen. Okay, nächster Punkt war Fingervene. Und hier auch das Gleiche. Also, erstmal mein eigener Finger, um zu zeigen, wie das ja auch wirklich eingelernt ist. Da ist hier jetzt... Genau, Starbuck-Teigefinger rechts soll das heißen. Und jetzt bitte beim ersten Mal. Ja. Dina Harten. Achso. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Eigentlich die gleiche Gießform für die Fingerattrappen. Gleiches Prinzip. Wir haben irgendwie aus so naturfarbenem Bienenwachs so eine Basisplatte gegossen. Dann kommt der Ausdruck drauf. Dann wird das Ganze mit hellrotem Wachs nochmal eingepackt. Funktioniert eigentlich super. Mit dem einzigen Unterschied, dass bei der Fingervene haben wir den Ausdruck gespiegelt und das Papier verkehrt herum draufgelegt. Einfach weil das Licht von oben kommt und diese LEDs in dem Fingervene-Scanner so viel heller sind als die bei der Hand. Wir nutzen einfach die Schicht von dem Papier noch als Dämpfer. Genau. Auch schon einer meiner letzten Punkte ist hier, wir haben uns eigentlich die ganze Zeit während der Arbeit so ein bisschen gefragt, was ist mit Lebenderkennung. Man konnte Karotten einleeren, Kerzen einleeren und auch gerade er, die Handvenen-Scanner-Hersteller werben sogar damit, dass sie Lebenderkennung machen. Was offensichtlich nicht der Fall ist. Und wenn man da mal so ein bisschen guckt und einfach mal ein bisschen sucht und recherchiert, dann findet man schnell, dass es da echt etliche Paper zu gibt, wie man sowas machen kann. Wir haben ja einfach mal ein paar Beispiele aufgelistet. Man kann zum Beispiel mit Infrarotlaser, kann man den Blutfluss detektieren. Es gibt Arbeiten dazu, da haben Leute einfach den Ausschnitt der Bildaufnahme enorm vergrößert und machen verschiedene Aufnahmen und vergleichen dann sozusagen die Größe der einzelnen Venengefäße. Einfach um zu sehen, ob da quasi was pumpt und sich die Größe ändert. Und es gibt auch die Möglichkeit, da rechts am Rand sowas wie einfach Ausdrucke zu erkennen anhand der Struktur von dem Blatt oder eben von der Druckertinte. Genau. Und dann vielleicht noch so als kleinen Ausblick und einfach so ein paar gesammelte Gedanken, was wir uns überlegt haben. Falls die Hersteller dann jetzt ihre Geräte besser machen sollen, müssen wir natürlich auch irgendwie unsere Angriffe anpassen. Und wir könnten auf jeden Fall die Präzision erhöhen, indem wir das Ganze irgendwie lasern oder fräsen und halt ein geeignetes Material finden, was genauso gut funktioniert wie das, was wir jetzt gerade machen. Man könnte das theoretisch auch 3D drucken, denn es gibt mittlerweile auch schon Paper dazu, dass Venen 3D gescannt werden, dass man eben ein dreidimensionales Venenmerkmal hat. Und das Letzte, das finde ich persönlich am schönsten, man kann Blutgefäße auch mittlerweile biologisch einfach drucken. Also theoretisch könnte man seine Venen auch einfach in Venengewebe ausdrucken. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank an alle, die uns dabei geholfen haben. Wir hatten sehr viel Unterstützung, auch gerade technisch, also Leute, die Geräte oder Kameras beigesteuert haben. Danke an euch fürs Zuhören und ja, gibt's Fragen? So, wer Fragen hat, wie immer, die Mikros sind hier vielseitigst im Raum verteilt. Wir haben in der Summe, glaube ich, 8 Stück. Stellt euch da hin. Die wichtigsten Hinweise sind, Fragen bestehen in der Regel aus einem Satz, wo am Schluss ein Fragezeichen kommt. Und wenn ihr in so ein Mikro reden wollt, müsst ihr nah dran. Also nutzt die Chance, stellt euch zu den Mikros und wenn ich das sehe, steht an Mikro Nummer 6 schon jemand. Ja, gut. Wie wahrscheinlich ist es, dass das unter realen Bedingungen funktioniert? Also jetzt bei der Bühne war das ja ein bisschen kritisch. Die Aufnahme oder die Authentifizierung mit der Fake-Attrappe dann? Mit der Fake-Attrappe dann. Also man muss dazu sagen, das sind jetzt irgendwie alte Systeme. Wir haben es aber irgendwie auch auf der neuesten Hardware- und Software-Version getestet von den jeweiligen Herstellern. Und tatsächlich ist es so eine Frage, wie man es platziert. Wenn man es halt ordentlich platziert, dann sind die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch. Du hast sogar Wahrscheinlichkeiten mal ausgemessen, oder? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber es ist ziemlich hoch. Also es war irgendwie sowas wie, also wenn die Umgebungsbedingungen stimmen, irgendwie so mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit, irgendwie kriegt man es irgendwie reproduziert. Das heißt, das sind jetzt hier nur die falschen Umgebungsbedingungen gewesen. Also wir haben auf jeden Fall auch noch vor, das tatsächlich auch noch mal ein bisschen praxisaublicher zu versuchen. Also wie gesagt, Polen ist ja irgendwie ganz in der Nähe und wir sind da schon mit Leuten in Kontakt. Gut, Mikro Nummer 7 bitte. Habt ihr mal eine Entropie-Analyse auf die Daten gemacht? Das heißt, wie einzigartig sind die Venen in verschiedenen Händen? Wir nicht, aber da gibt es Arbeiten zu. Ich glaube, wir haben das in unserer Paper-Sammlung. Kann ich dir sonst irgendwo verlinken bestimmt. Mikro Nummer 4. Ich habe allgemeine Frage, wie sieht es mit Tätowierungen aus? Also haben die überhaupt irgendeinen Einfluss auf Venenerkennung? Also es gibt prinzipiell so ein paar Probleme. Gerade relativ dicke Finger oder Hände sind ein Problem, weil die Blutgefäße dann zu weit drinnen liegen. Sehr starke Behaarung auf den Fingern ist ebenfalls ein Problem. Und Tattoos sollten dann ein Problem sein, wenn sie auch im Infrarotbereich, also in diesem nahen Infrarotbereich absorbierend sind. Da habe ich allerdings keine Erfahrung, wie das aussieht. Wenn du ein Tattoo hast, dann können wir das gerne mal rauflegen. Wir sniffen mal mit und dann gucken wir mal. Mikro Nummer 2. Meine Frage ist jetzt schon zu halb beantwortet. Ich wollte fragen, was kann man machen, dass der Finger von einem Menschen eben nicht erkannt wird? Also Verletzungen, kalte Hände? Also Verletzungen und sowas ist schwierig. Also auch gerade so Dreck, da ist relativ unkritisch. Solange der Dreck halt irgendwie nicht in dem Wellenlängenbereich absorbierend ist. Muss man mal einfach gucken. Also ich gehe davon aus, wenn du das mit irgendwie Edding deine Finger vollmalst, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sehen wir die nächsten Tage alle mit schwarz angemalten Händen rumlaufen. Wir nehmen mal eine Frage aus dem Internet ran. Hallo, hallo. Okay. Das Internet fragt, von welchen Politiker denn jetzt, wen will denn die nächsten Datenschauer machen? Ja, wir hatten tatsächlich versucht, noch welche zu machen. Der Fotograf hatte leider irgendwie nicht so richtig Zeit wie beim letzten Mal. Aber ich glaube, also sowas wie Innenminister ist natürlich auch immer ein beliebtes Ziel. Also wir sind noch dran. Mikro Nummer 8. Habt ihr mal mit den Herstellern gesprochen und was sagen die dazu? Ja, wir haben mit beiden gesprochen. Wir hatten sogar das Glück, dass wir bei Hitachi in Tokio direkt mit den Leuten reden konnten. Die waren total nett. Haben sich das angeguckt, gesagt, die haben das aber auch noch nicht gesehen und frickeln jetzt da irgendwie an der Lösung. Aber das hat immer noch genauso funktioniert. Bei Fujitsu war es ein bisschen anders. Die haben Leute hier in Berlin gehabt. Die haben uns da im Club getroffen. Und die haben uns auch Geräte mitgebracht, haben sich das angeguckt, das abgenickt. Das hatte bis jetzt aber irgendwie noch keinen... Also das war tatsächlich eine interessante Erfahrung so als Responsible Disclosure, wie unterschiedlich die Hersteller reagieren können. Also wie gerade schon gesagt, so Hitachi war wirklich sehr zuvorkommend. Das war irgendwie ein nettes Miteinander. Die waren interessiert, das irgendwie besser zu machen. Und Fujitsu wird vermutlich auch demnächst noch eine Stellungnahme zu dem Vortrag rausgeben, wo es dann heißt, das ist alles nur im Labor machbar und irgendwie gar keine sicherheitskritischen... Also nicht sicherheitsrelevant. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Die Sicherheitslücke lag im System. Bitte auch Kommentar oder so, wenn dann über die Mikros, sonst ist es auch im Stream und im Recording nicht zu hören. Mikro Nummer 6. Euch geht ja langsam die Arbeit aus, denke ich. Eure Fantasie, was lässt dieser Körper noch zu? Was kann man in diesem Körper noch eventuell biometrisch verwenden, was ihr dann nachbauen werdet? Nur mal so 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Also es gab ein relativ lustiges System, das hat den Herzschlag genommen. Also die Herzschlagkurve ist allerdings auch letztes Jahr von jemandem schon kaputt gemacht worden. Es gibt die Ohrform anhand von weißen Rauschen, die sie ins Ohr rein projizieren und dann die Reflexion messen. Aber so richtig, naja, DNA wird auf jeden Fall kommen. Aber das ist, glaube ich, also es gibt heutzutage auch schon genug DNA-Nachbildungsautomaten. Von daher, ich sehe nicht, dass da irgendwas sinnvoll noch kommen kann. Danke. Mikro Nummer 5. Ja, zum Thema Lebenderkennung. Was verkaufen die Hersteller einem da? Also wenn man tot ist, dann ist die Extinktion in den Venen eh anders, weil das Gewebe nicht mehr perfundiert ist. Meinen die das damit? Also wir glauben ja. Also wirklich, auf der Seite von Fujitsu steht sowas wie, ja, mit abgetrennten Körperteilen kann man das ja nicht mehr machen. Und deren Lebenserkennung meint momentan anscheinend wirklich, dass eben venöses Blut dieses Licht absorbiert. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann nicht. Aber dass sowas wie Lasertonertinte das auch kann, hat da vielleicht keiner bedacht, wissen wir auch nicht. Aber wir haben gefragt, beide Hersteller wollte uns keiner sagen können, wissen wir auch nicht. Mikro Nummer 1. Also ich hätte eine Frage und zwar, hat irgendein System die Attrappe erkannt? Also als Attrappe? Da können wir nichts drüber sagen. Also wie gesagt, wir waren bei Hitachi und haben Sachen getestet, aber das ist confidential. Es gibt noch Fragen aus dem Internet, oder? Ja. Ja, nochmal. Und zwar ist jetzt gelb unten und rot oben. Also rot, die rote Seite wird dem Sensor präsentiert. Okay, jetzt muss ich nochmal auf meine, genau, da Nummer 6 ist noch eins. Das ist von hier oben alles nicht zu sehen. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Also circa so ein halbes, dreiviertel Jahr, aber halt eben nicht Vollzeit, sondern so nach Familie und Arbeit. Also in Stunden haben wir es nie umgerechnet, weiß ich nicht. Also so grob wird es ungefähr einen Monat Gesamtarbeit gewesen sein. Wenn man irgendwie erstmal dahin gekommen ist, also wir haben es dann halt irgendwie auch sehr verfeinert, das ist halt irgendwie perfektioniert, aber tatsächlich, wenn man erstmal herausgefunden hatte, wie es funktioniert, ist es eine Sache von 15 Minuten. Du machst ein Foto, du bearbeitest es kurz nach, druckst es aus, gießt die Wachshand und fertig ist es. Braucht ihr nur erstmal die gute Idee. Danach ist alles einfach. Mikro Nummer 1. Habt ihr auch mal überprüft, welche Unternehmen überhaupt Wegenerkennung alleine benutzen? Weil ich arbeite gerade in einem infrastrukturrelevanten Unternehmen und die Nutzen, die Wegenerkennung kombiniert mit Gesichtserkennung und Temperatur. Das heißt, die Temperatur, der Hand muss stimmen plus der Gesichtsabdruck. Also ist das überhaupt noch relevant oder sind die Systeme schon weiter? Also wie gesagt, so für Deutschland weiß ich noch von einem Anbieter, die es einsetzen. Die setzen es auch alleine ein, also halt so mit Zugangskarte. Für die ganzen anderen Sachen musst du halt dann die beiden Merkmale separat irgendwie überwinden. Also ich meine, Gesichtserkennung ist auch schon kaputt gemacht worden. Die Temperatur, das kriegt man auf jeden Fall auch hin. Wird natürlich schwieriger, aber... So eine Wachshand zerfließt dann durchaus mal, ne? Ne, 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 wir reden ja hier nicht vor... Hast du eine Körpertemperatur von 60 Grad? Das war ein Spaß. Aber vielleicht noch kurz als Nachtrag. Also die Systeme in Japan, zumindest auch in den Geldautomaten, die machen sowas nicht. Das sind ganz simple Venenscanner. Also da gibt es eben nur ein Merkmal, was da genommen wird. Aber wenn du... Sag doch mal, wo du arbeitest. Das sag ich euch nachher persönlich, aber nicht hier. Danke. Gut, Mikro Nummer drei. Bei einer Folie war zu sehen, dass auf diesem Geldautomaten ein Fingerscanner ohne diese Brücke oben drüber war. Wie funktioniert denn der? Der kann ja dann nicht durch meinen Finger leuchten, sondern nur unten gegen. Das ist richtig. Das ist so, dass halt das Licht nicht zwangsweise... Das meinst du? Nicht zwangsweise durchleuchten musst, sondern irgendwie halt, wenn du... Es wird von der Seite eingeleuchtet und dadurch, dass es halt irgendwie dort innen gebeugt und irgendwie zerstrahlt wird, dann reicht das irgendwie auch. Also man kann entweder durchleuchten oder halt aus Platzgründen, aus Größenabwägungen kann man es irgendwie auch so die LEDs von der Seite einstrahlen lassen. Hat das damit auch funktioniert? Nee, also wir haben kein System, das so erarbeitet, aber ich würde davon ausgehen, dass es halt maximal kleinere Änderungen im Aufbau der Attrappe nötig wären und dann sollte es auch funktionieren. Danke. Juk? Mikro Nummer zwei. Außer dem Laserdrucker, hattet ihr noch andere Ansätze, also Materialien, die sich dafür eignen würden? Ja, also so CD-Marker, Eddings und so, das hat super funktioniert. Wie gesagt, Karotten kann man super einlernen. Also da reichen auch quasi so dreidimensionale Strukturen manchmal aus, um da irgendwie im Infrarot noch eine, sag ich jetzt mal, eine Linie zu bilden. Aber aus Karotten würde sich jetzt keine Attrappe... Also tatsächlich irgendwie mit einem Stift nachziehen ist halt irgendwie deutlich schwieriger, als einfach auszudrucken. Wir haben es mit verschiedenen Druckern versucht, aber irgendwie halt so gewisse Drucker sind dann einfach, haben sich herausgebildet, dass es gut ist. Und alles andere halt dann in der Zukunft, wenn die Hersteller nachlegen, gucken wir mal, was man irgendwie noch machen kann oder muss. So, Mikro Nummer 5, da steht auch noch wer. Lässt sich eure Methode auch auf Retina-Gefäßscanner adaptieren? Sehr gute Frage. Also tatsächlich, ich habe ja schon angedeutet, dass es eigentlich fast keine Systeme mehr gibt, die noch nicht kaputt sind. Retina ist tatsächlich das Letzte. Ich würde vermuten, ja. Das Problem ist, sich irgendwie so ein Gerät zu beschaffen. Also wenn du so ein Gerät irgendwo rumzustehen hast oder einer von euch, würden wir da gerne mitspielen. Mikro Nummer 7. Ihr hattet dieses Bild mit dem Händetrockner und da war ein spezieller Aufkleber drauf. Hatte das eine besondere Bedeutung? Vermutlich ja. Wir haben echt einfach nach diesen Handtrocknern gegoogelt und die ersten vier Bilder sahen alle so aus. Da dachte ich mir, okay, dann muss das da mal rein. Es scheint irgendeinen Grund zu geben, dass diese Aufkleber existieren. Wie viele Vorträge müsst ihr noch halten, bis die einschlägigen Industrien erkennen, dass biometrische Merkmale Identifikation aber nicht Authentifikation sind? Ich glaube, die Frage würde ich mal unbeantwortet lassen. Nehmen wir noch mal eine Frage aus dem Internet. Die sollen ja auch eine Chance kriegen. Ja. Und das Internet wird gerne wissen, welchen Faktor man denn jetzt dazu tun müsste, damit das Ganze sicherer wird. Naja, also Lebenderkennung ist zumindest mal irgendwie eine gute Idee. Also es gab ja schon ein paar Hinweise, wie es theoretisch funktioniert. Würde es halt irgendwie alles teurer machen. so richtig zusätzlich Faktor. Also man könnte zum Beispiel gleichzeitig auch die Fingerabdrücke nehmen. Also Fingerabdruck und Venen im Finger oder halt die Hautrillen der Hand. Aber das ist halt irgendwie auch wieder eine Kombination. Das heißt, man muss halt dann beide separat in einer Attrappe bauen. Sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ein großes Problem. Nummer zwei noch. Ihr habt gesagt, ihr habt ein halbes Jahr daran gearbeitet und insgesamt vier Wochen. Wie schwierig ist es jetzt wirklich an ein Foto ranzukommen und das Foto zu machen? Also wie aufwendig ist dieser Prozess? Also mit der kleinen Raspberry Pi Kamera relativ easy. Also das haben wir jetzt auch hier noch nicht verbaut. Vielleicht haben wir noch die Zeit, das hier mal zu testen. Aber das ist wirklich, also das kannst du quasi ein Video laufen lassen. Wenn du deine Hand da irgendwie langsam drüber bewegst, dann sind das einfach gute Aufnahmen. Kannst du dir Einzelframes auspicken und die als Bild nehmen. Wir haben das mit der Spiegelreflex, klar. Ja, da muss die Hand irgendwie auf jeden Fall ein bisschen exponiert sein, dass du die in irgendeiner Form da auch gut draufkriegst. Aber wir haben das halt eben auch so einfach, ich sag mal, im Wohnzimmer gemacht. Also wir haben das jetzt nicht irgendwie in der Dunkelkammer machen müssen oder so. Das funktioniert auch einfach so ganz normal auf der Straße. Also wir haben vorhin nochmal kurz einen Test gemacht und so ein bisschen Real-Life-Bedingungen. Das war tatsächlich irgendwie noch heute wie zwei Stunden vor Ende des Vortrags. Also man sieht es schon. Ist natürlich nicht so schön, wie wenn man irgendwie das halt ein bisschen, also mit ein bisschen Ruhe und irgendwie halt Kamera und so Einstellungen. Also das kriegt man auf jeden Fall hin. Das ist halt noch so ein bisschen Work and Focus. Und man kann die Hand hier auch manchmal vielleicht einfach mehrmals fotografieren. Genau, klar. Oder Video machen. Ich ziehe gleich meine Handschuhe wieder an. Gut, vielen Dank an Starbuck und Julian. Wir haben einen großen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank.